Goli, bist du hier irgendwo? Goli, können Sie mich hören? Oh, da sind sie wieder. Ja, hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Was schon? Hallo? Wow. Das war nicht nett. Mit? Durch denjenigen, der sich erschaffen hat? Das? Nein, das ist nicht der echte, Colin. Es ist nur eine teilweise Kopie von ihm, die er erschaffen hat. Komm her, ich kann es nur mit dir aufnehmen. Das ist ganz schön selbstbewusst für jemanden, der einfach einen Glückswurf hatte. Was als Glückswurf? Das war mein zweiter Versuch. Es ist noch Zeit. Arbeite mit uns zusammen und wir machen das Beste draus. Das Beste wäre, wenn ihr Colin entfrieden lasst. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr das tut. Womit diesmal. Ach, das Ding. Mortal Kombat kann ich so eigentlich gar nicht. Habe ich noch nie eigentlich gemacht. Ja, aber schon, ja, dann können wir nicht das Kampfsystem von der Batman Arkham Serie benutzen? Hm, nein. Ich glaube nur, dass ich es nur mit dir aufnehmen kann, oder? Autsch. Versuch's doch. Flup. Springen und verteidigen. Das wird ein Spaß. Ich bin jetzt nicht gewöhnt, so. Na gut, versuchen wir's halt. Los geht's. Wow. Na gut, ich könnte auch einmal verteidigen. Wenn ich mich nicht zu spät verteidigen würde. Was sagst du? Ich bin schweißig. Ich muss das mal aufladen lassen. Und sagen, wieso kann ich nicht, äh, Dings. Es ist voll nicht kurz geklappt, so hat's mit Space-Taste. Überhaupt nicht cool! Was passiert denn, wenn ich auf Weiter drücke? Hast du noch nicht genug? Wohl nicht! Na, ich hab doch immer drei Angriffe und kamen dreimal hintereinander. Und dann müsste ich aufladen lassen, alles klar. Was ist das Leben verlieren, wenn ich verteidige? Na ja. Wer kommt eigentlich auf die Idee, den Springknopf so bescheidig zu nehmen? Na, ich würde sagen, versuchen wir es noch ein paar Mal und... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man auch weiterklickt. Ob man das dann überspringt oder... ...später machen muss. Ich könnte dich hier für immer hinhalten. Ist dir das klar? Technisch gesehen, nein. Weshalb ich dir vorschlage, damit aufzuhören? Und dann müssen wir in den Schroden der beinah genau das. Da? Denn dann müssen wir ein Schroden machen. Wie hab ich denn jetzt vom letzten nicht getroffen worden? Na komm, trau dich. Ui, ich doch irgendwann. Wie viel waren Versuchungen jetzt? Vier? Oder so? Keine Ahnung, ich hab ehrlich gesagt, ich mich gezählt. Aber hey, man muss es nur versuchen, denn man soll nicht aufgeben. Ja, immer weiter versuchen. Irgendwann wird es schon klappen. Normale Gehirnaktivität ist nicht mehr in dieser Erinnerung vorhanden. Anormale. Ja, keine normalen Gehirnaktivität. Oh nein, es ist nicht normal, die Aktivität. Was mach ich denn hier? Hey, da würde ich aber Augen machen. Ja, das würden sie nicht, wa? Was du hier alleine vollbringst. Alter. Ich weiß trotzdem nicht, wer auf die Idee kommt, springen auf feine Romen zu drücken. Ich nicht. Stimmt ja, das ist kein... Ich hab hier eine Kopie von ihm. Ja, da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. Chicken, du kannst nicht durch hier die Wand durchgehen. Das geht nicht. Aus irgendeinem Grund dachte ich, da war ja eine Tür. Die ist ein von Köln nicht irgendwie immer noch gesperrt. Aber kannst du sie trotzdem... Ja, kannst du benutzen. Installation eines externen Patches wird installiert, initialisiert. Was, John? Bist du das, Eva? Bist du das, Eva? Vielleicht... Eventuell... Hey, wir haben noch drei Sachen vor uns. Mal schauen, was... Dings. Kommt jetzt eigentlich wieder Papierflieger? Zugang zu dieser Erinnerung ist gesperrt. Gesperrt. Und auch gesperrt. Das heißt, ich muss eigentlich hierhin zurück, in die Mitte. Ja, mir bleibt ja sonst nichts anderes übrig. Haben du mal eine Gernaktivität festgestellt? Das war hier vorher noch nicht. Dann geh rein. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Lass mich raten. Wieder vor dem Gebäude. Oder soll ich... Ach, Eva! Da bist du ja. Eva! Da bist du ja! Ja, genau. Das weiß ich, was ich dir auch gesagt habe. Hey! Wow, wo warst du? Ich habe überall nach dir gesucht. Hast du die Feier irgendwo gesehen? Keine Sorgen. Ich habe mich bereits um sie gekümmert. So schnell! Wie hast du das gemacht? Oh, und sorry für die Unordnung hier. Hätte ich wohl vorher aufräumen sollen. Weißt du, ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir einfach gehen. Moment, was? Möchte uns hier eindeutig nicht haben. Wir sollten seinen Wunsch respektieren. Was machst du da mit deinen Haaren, Eva? Wovon redest du? Die Patienten wissen selbst nicht immer, was sie eigentlich wollen. Gerade du solltest das doch verstehen. Warte mal eine Sekunde. Das war umsonst, wie es aussieht. Ich hätte es wissen sollen. Du wolltest einfach nicht verschwinden. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Aber ich weiß, muss es weiterhin versuchen. Selbst wenn es euch nur etwas aufhält. Mein schwarzes Loch. Das Loch, aus dem ich geschubst wurde. Ähm. Okay, warte mal eben kurz. Jetzt wurde ich reingeschubst. Flatsch. Wow, ich wollte mich nicht so weich, wie ich aufsehen. Ach du Scheiße. Lang genug hast du mich zum Narren gehalten. Aber das Ende deiner Unverschämtheit ist nun erreicht. Angriff, verteidigen, aufgeben. Tornadoschlag. Armageddon Kick. Schuh. Ein Schuh. Ein Schuh. Das ist eine mächtige Waffe. Ein Schuh. Ernsthaft. Okay, dann zeigt mir deine mächtige Waffe. Fristus, ey. Das hat hier überhaupt nichts abgezogen. Autsch. Okay. Ähm. Armageddon Kick. Aua. Tornadoschlag. Weißt du, für einen imaginären Charakter hält der ja angriffen so ganz schön einfach los. Sagt der, der einen Schuh werfen kann. Aber irgendwie bezweifelt, dass wir gerade diesen Kampf gewinnen können. Weil, ne. Guckt euch mal an, wie wir ihr gerade abgezogen haben. Und wir sind schon bei der Hälfte runter. Na, friss Schuh. Hey, Hündchen. Ru. Rudok? Noch mehr Hunde. Autsch. 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 Uff. Ich könnte wirklich einfach Hilfe gebrauchen. Oder ging das erst jetzt? Wastjum. Hallo, Hündchen. Wir haben Rudok. Guck mal, wirst du eine grube Beige treten. Ja. Schuhe werfen, ne. Schuhe. Äh. Okay. Rudok. Nasenlaserer. Ketenhund. Kompliment. Ich glaube, Kompliment wird das was heilt, oder? Ja. Wuff, wuff. Rudok hinterfragen. Ich hinterfragen. Wollte nicht, dass es dann weggeht. Ist eigentlich mehr Schaden. Ihr macht Tornado-Schlag oder Margenon-Kick? Alles nicht. Ach, der darf auch. Äh. Eine weitere Hunde würde ich ja noch, glaube ich, aushalten. Raketenhund. Äh. Okay. Weil er der Anführer der Hunde ist, oder wat? Ja. Ich kann hier einen Boss-Rudel nicht angreifen. Das Alpha-Tier. Obwohl, die haben ja eigentlich gar keinen Schaden gemacht. Nasen-Laser. Fang-Rudel-Laser. Bam. Fire. K.O. Na. Hunde werden ich umsonst der beste Freund des Menschen genannt. Hui. Das war ein Spaß. Äh. Sehe ich ein wenig anders. Ach mich. Rudok ich. Noch immer da oben. Ich habe mich gar nicht bedankt. Aber, warum hat der mir geholfen? Naja, schon, ne? Möchten nicht alle Geschöpfe von Connig und Herr Burgoschen in Gemeinem agieren? Vielleicht ist, äh, sich Conan selbst nicht ganz sicher, was er möchte. Und? Äh. Bei all dem, womit ihr ihn in Versuchung führt, ist das kein Wunder, dass er verwirrt ist. Aber das ist ganz schön in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Er weiß vielleicht, äh, nicht, äh, was er will. Aber ich weiß, was er braucht. Schau, äh, du bist vielleicht Teil seines Bewusstseins. Aber du sprichst eindeutig nicht für sein gesamtes Ich. Ist es möglich, dass du dich irrscht? Ich meine nicht für, nicht für ungut. Aber du bist nicht vielmehr als ein, äh, unvollkommene Kopie von Connig. Genau genommen bist du nicht mal, äh, bin ich nicht mal sicher, ob ich, äh, gerade Sinn macht, mit dir zu sprechen. Sinn ergibt aber auch, hey, ähm, was soll's. Aber ich würde sagen, diesen Dialog mit Pfeil, wenn wir in der nächsten Aufnahmen-Session folgen, meine kleinen Freude-Nacht-Spiel. Danke, dass du mich an diese Stelle rauslässt, wo ich nicht speichern kann. Soll ich da weitere vier Folgen aufnehmen? Huh, hey, Rippstimme. Egal. Soll ich in der ersten Session auch acht Folgen am Stück aufnehmen müssen. Naja. Soll ja nicht euer Problem sein. Also bis dahin, ciao!